In diesem Video-Tutorial wollen wir die Rechnungsnummer darstellen, die bei DNA4-Ausdrucken zum Tragen kommt. Hierzu habe ich eine Rechnung vorbereitet und klicke nun auf Vorschau. Wir sehen, dass hier steht Rechnung Nummer 1. Es könnte, keine Ahnung, Sammelrechnung 327 dort stehen, es könnte Angebot 25, 18, 20 oder Lieferschein 47, 11 dort stehen, was auch immer. Wie nehmen Sie hier nun Einfluss darauf? Das Schöne ist es, oder an dieser Stelle sei zu erwähnen, dass es hier vom Programm her keinen festen Übergabeparameter gibt. Das heißt, das Programm, Wabi Profi 3, definiert den Ausdruck nicht selber, sondern der ist im Report hinterlegt. Somit haben Sie persönlich Einfluss darauf. Das Ganze ist jetzt nicht unbedingt ohne, das ist ein bisschen tricky. Das heißt, Sie müssen schon gewisse Grunddinge einfach wissen. Und zwar mit Ausdrücken, wie auch immer. Sollten Sie mit der Reportanpassung persönlich überfordert sein und schaffen es nicht, können Sie uns gern auch eine Reportanpassung nach Ihren Wünschen in Auftrag geben, das zwischen 15 und 35 Euro kostet. Grundsätzlich sei noch mal zu sagen, in Ihren Installationsordner, in dem Unterordner Layouts, wiederum in den Unterordner Reports, finden Sie immer Kopien des Originals. Wir haben hier den Originalordner. Da liegt alles drin, was Wabi Profi 3 bei der Installation mit ausliefert. Sie können nun Einfluss auf die Kopien nehmen. Denn Wabi Profi 3 arbeitet immer auf einer Kopie. So, wir klicken auf Fragezeichen oben in der Menüleiste, wählen danach im Kontextmenü Report der Ausdrücke aus und wählen A4 Rechnungen, Lieferscheine und so weiter aus. So, um das, was es jetzt geht, ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen viel, aber das müssen wir jetzt durch. So, wir bedienen uns jetzt eines kleinen Tricks, damit wir einfach eine gewisse Übersichtlichkeit reinbekommen, okay? Wir haben hier den Bereich Gruppenfuß, sehen Sie, den klicke ich jetzt einfach an. Ich klicke den an und ziehe den nun nach unten. Nur damit wir einen freien Platz haben, um Objekte verschieben zu können. Die Objekte, um die es nun geht, oder beziehungsweise die editiert werden sollen, sind in diesem Bereich, der so komisch, ja, so ganz schwarz ist. Hier liegen verschiedene Elemente übereinander, die nur dann zum Ausdruck kommen, wenn es zum Beispiel ein Barverkauf ist, ein EC-Verkauf ist, eine Rechnung ist, wie auch immer. Wir nehmen nun einfach diese einen, eins nach dem anderen, diese Objekte und ziehen die jetzt mal nach unten. Nur damit Sie jetzt mal hier sehen, um was es denn eigentlich geht. Denn dieser Report ist natürlich ein Mammut-Report, aber hat den Vorteil, dass wenn Sie zum Beispiel eine individuelle Anpassung auf Ihr Briefpapier vornehmen, Sie diese nur einmal vornehmen müssen und nicht für einen Lieferschein, für ein Angebot, für eine Bestellung, für eine Nachnahme, Vorauskasse, Sammelrechnung, für eine normale Rechnung, immer einzeln. Nein, das machen Sie einmal. So, wir ziehen die Objekte jetzt einfach mal so weg. Wir sagen, okay, damit wir einfach mal sehen, was ist es denn hier. Interessant ist es auch, hier möchte ich mal darauf verweisen, wenn Sie ein Objekt anklicken, erhalten Sie links oben Statusinformationen zu dem Objekt. Das heißt, Informationen zu der Positionierung. Was für uns jetzt relevant ist, wir brauchen den oberen Wert, den sollten wir uns vielleicht niederschreiben. Das heißt, wir haben hier 7,39 in unserem Beispiel oben und rechts brauchen wir, also oben und rechts 19,24. Diese Werte habe ich mir nun markiert. Um Informationen zu einem Objekt zu erhalten, machen Sie einen Doppelklick darauf. Sie landen nun in der Karteikarte General, also das heißt bei den Eigenschaften. Standardinformationen, also Bar, EC-Zahlung, das wollen wir nicht. Okay. Bar-Auszahlung wollen wir auch nicht. Das schieben wir jetzt wieder rauf. Und hier ist es wieder so, wir haben das Objekt jetzt irgendwo hingeschoben und wir können das nun mit den Pfeiltasten bewegen. Ich bitte Sie, mal nach links unten zu sehen. Und hier sehen wir auch den, so können wir bis auf die Position 7,39 uns bewegen. Und rechts haben wir gehabt, 19,24, also klicke ich nach links, damit ich hier auf 19,24 komme. Sehen Sie es? Wunderbar. Okay. Es handelt sich hier nicht um einen Lieferschein, auch nicht um eine Bestellnummer. Das Ganze können wir nun wieder nach oben positionieren. Wir wollen jetzt lediglich Einfluss auf die Rechnungsnummer nehmen. Aber mit diesem Prinzip können Sie auch Einfluss auf eine Bestellnummer, wie auch immer, nehmen. Oder auf ein Angebot. Oder wir machen das jetzt einfach mal, ist doch jetzt egal. Also, wir stellen uns jetzt eine Aufgabe, dass wir sagen, keine Ahnung, die Rechnungsnummer. Wir wollen zum Beispiel das Jahr vorangestellt haben, 2017. Also, Jahre. Keine Ahnung. Dann, wie auch immer, fünf Stellen, sagen wir mal. Oder sagen wir mal, acht Stellen. Inklusive Rechnungsnummer. Okay. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Stellen inklusive, sollte man richtig schreiben. Das heißt, wir haben dann acht Stellen inklusive Rechnungsnummer. Komm, vorangestellt 0. Also, wenn wir jetzt die Rechnungsnummer 100 haben, bedeutet das, wir haben lauter Nuller davor. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Nuller. Und 100 ist quasi unsere Rechnungsnummer. Dann sieht es so aus. Das heißt, wir haben hier unsere Rechnungsnummer. Und dann soll eine dynamische Anzahl von Stellen oder von Buchstaben, wie auch immer, soll dann dort erfolgen. Wie bringen wir das hin? Also, wir gehen hier auf, wo haben wir es denn? Rechnung, Sammelrechnung, Vorauskassierrechnung. Es müsste die sein. Nee, die hier unten ist. I, Verkauf, Gesamt und so weiter. Okay, hier haben wir den Ausdruck, um den es geht. Das ist natürlich relativ unübersichtlich. Deswegen klicke ich dieses Feld hinein, drücke Steuerung und A und Steuerung und C. Somit habe ich mir das in der Zwischenablage gemerkt. Ich öffne mein Word und füge es jetzt einfach mal hier ein. Okay, hier haben wir schon. Der sagt dann, okay, falls meine Gesamtsumme des Verkaufs minus der eingelösten Gutscheine größer oder Null ist, ist es eine Rechnung. Okay. Und ansonsten ist es eine Gutschrift. Also das heißt, wenn es größer als Null ist, ist es eine Rechnung. Es steht hier Rechnung. Und dann ansonsten ist es eine Gutschrift. Und danach kommt die Rechnungsnummer. Okay. Die Rechnungsnummer ist ein numerischer Wert. Und die Funktion Transform macht nichts anderes. Der wandelt diesen numerischen Wert, also diese Zahl, in einen String um. Ja, denn ein numerischer Wert ist ja von 0 bis 9 und ein String kann jedes Buch oder jedes Zeichen der Welt enthalten. Jetzt wollen wir unser Datum haben. Die Funktion Datum erhalten wir, indem wir wie folgt schreiben. So, ich mache jetzt hier, ich schreibe Transform. Wir müssen das auch wieder transformieren. Transform, Klammer auf. Date, Klammer auf, Klammer zu. Und in unserem Beispiel ist es so, brauchen wir das Verkaufsdatum. Also müssen wir das hier anders machen. Weil das Verkaufsdatum ist ja gespeichert. Wir brauchen also Verkauf, Punkt, Umsatztag. Verkauf, Umsatztag. Okay. Und davon brauchen wir das Jahr. Also müssen wir sagen, wir brauchen das Jahr. Also transformiere uns das Jahr des gespeicherten Umsatztages. Okay, dann erhalten wir 2017 zum Beispiel. Nun sagen wir, nun brauchen wir die Rechnungsnummer. Die Rechnungsnummer haben wir schon. Nur, wir wollen ja auch Leerzeichen, also das heißt Null voranstellen. Das bedeutet, wir sagen eben, PadLeft, das ist eine Funktion, die ermittelt, wie viele Stellen auf der linken Seite noch frei sind. Von unserem Wert, das heißt von unserer Rechnungsnummer, machen wir ein Komma dahinter und wir sagen ihm nun, wir wollen acht Stellen insgesamt haben. Und machen wir wieder ein Komma dahinter und schreiben Gänsefüßchen, Null, Gänsefüßchen und schließen die Klammer. Das bedeutet, er sagt nun, er schaut nach, wie lang denn diese Rechnungsnummer überhaupt ist, wenn es drei Stellen sind oder wenn es zwei Stellen sind. Also wenn es drei Stellen sind, sagt er, okay, ich brauche acht Stellen, also stelle da fünf Nuller voran. Und wenn es vier Stellen wäre, klar, dann würde er quasi acht minus vier Stellen der Rechnungsnummer vier Null voranstellen. So, das soll es eigentlich gewesen sein. So, jetzt kopiere ich mir das Ganze, Steuerung C und füge das hier ein. Das heißt, ich mache mir das hier ein kleines bisschen größer. Ich drücke jetzt einmal Entfernen, damit alles weg ist und mache Steuerung V für Einfügen. Das geht nicht. Okay, toll. Wie komme ich jetzt da hin? Dann müssen wir es halt hier machen. Hier drücken wir jetzt Entfernen und machen hier V. Da geht es. Okay. Also nicht auf das kleine Pünktchen klicken, sondern direkt in den Feld General, in der Karteikarte General machen. Und jetzt sagen wir, okay, jetzt sollten wir, ich schiebe das jetzt einfach mal. Ist jetzt nicht schön, was ich mache, aber es geht ja zur Ansicht. Wir wollen jetzt explizit diese Rechnungsnummer, den Ausdruck der Rechnungsnummer bearbeiten. Okay. Also ich haue jetzt mal einfach das Bild weg. Mache jetzt mal das Ganze hier da weg. Und so, das auch weg. Angebot weg. Einfach mal darauf, damit es weg ist. Bestellnummer weg. Wie auch immer, Lieferschein, Sammelrechnung. Und ich nehme jetzt dieses Feld und lege das jetzt über die anderen, also über die eigentliche Position. Wir haben gesagt, hier oben 1739 und rechts das 1924. Wenn Sie das haben, schieben Sie natürlich den Gruppenbereich wieder nach oben. Klicken auf das X und bestätigen die Abfrage des Speicherns mit Ja. Nun gehen wir auf Rechnungen, Lieferscheine, Angebote und klicken nun auf Vorschau in der Hoffnung, dass das jetzt alles richtig ist. Ah, cool. Also wir haben jetzt hier tatsächlich stehen, Rechnung 2016, bla bla bla. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stellen inklusive der Rechnungsnummer. Perfekt. Genauso wollen wir es. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, okay, das ist cool, ich will es ein bisschen feiner haben. Dann könnt ihr das natürlich anpassen. Ein letztes Beispiel, auf das wir an dieser Stelle eingehen müssen. Ich mache hier einen Doppelklick wieder auf dieses Teil oder beziehungsweise ich gehe in mein Word rein. Da ist es vielleicht schöner. Ich sage mir jetzt, pass mal auf, ich will nur die ersten zwei Stellen vom Jahre haben. Dann sage ich ihm, an dieser Stelle wissen wir, dass wir unser Jahr, was ja numerisch ist, hier vom Umsatztag bereits in einen String konvertiert haben mit Transform. Nun sagen wir ihm aber, du pass mal auf, ich brauche aber nur die rechten zwei Stellen, zum Beispiel 2017, dass halt einfach 17 davor steht. Also sagen wir, wir wollen die rechten zwei Stellen, also sagen wir ihm Write, Klammer auf, und jetzt stellen wir uns hier nach dem Ende der zweiten Klammer vor dem Pluszeichen und machen ein Komma und sagen ihn, wir brauchen zwei Stellen und machen das Ganze mit einer Klammer wieder zu. Bedeutet, normalerweise jetzt kopieren wir uns, Steuerung C, gehen hier auf das Feld rein, gehen da rein, sagen hier Steuerung A, drücken Entfernen und sagen Steuerung V zum Einfügen, das was wir in der Zwischenablage hatten. So, jetzt speichern wir das Ganze. Dann sollte er nun, Rechnungen, Lieferscheine, Angebote, jetzt anstatt 2017, sollte er einfach 17, oder 2016 haben wir ja, Entschuldigung, also 2016 voranstellen. Also perfekt, genauso wie wir es haben wollen. So können Sie quasi Ihre Information oder Ihre Information oder die Rechnungsnummer formatieren. Sie können natürlich hier irgendwelche Zeichen dazwischen fügen, wie immer Sie wollen. Hier können Sie sich wirklich austoben und an dieser Stelle bitte nochmals, Sollten Sie Ihren Report dahingehend verändert haben, dass nichts mehr geht, dass Sie ein leeres Blatt Papier bekommen, haben Sie einen Fehler gemacht. Das bedeutet, ein Fehler im Ausdruck kann Wabi nicht mehr auswerten und wenn er einen Report nicht mehr auswerten kann, bringt er ein weißes, leeres Blatt Papier. Dann noch einmal den Report zurücksetzen oder Ihre Änderungen dahingehend modifizieren, damit es wieder ein gültiger Ausdruck ist. Abschließend, sollten Sie damit nicht zurechtkommen, können Sie gern unseren Service für die Reportanpassung buchen, der je nach Aufwand zwischen 15 oder zwischen 10 und 35 Euro liegt. Untertitelung des ZDF,